Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir ein neues Virus entdeckt haben. Wieder einmal, es handelt sich allerdings um ein sehr gefährliches Virus mit dem Namen Jéromikron. Das neue Fett-Virus, extrem ansteckend, führt zu schweren Symptomen der Nervosität. Und all das sehen wir heute in Folgewirkung dessen, was gestern passiert ist. Schauen wir uns mal die letzten Tage an. Dann am Freitag Omikron-Virus-Panik, dann am Montag Erleichterungs-Rallye, alles nicht so schlimm. Dann gestern die Entdeckung des Jéromikron-Virus nach den Aussagen von Jerome Powell, das neue und hoch ansteckende Fett-Virus. Und heute sehen wir aus einem überverkauften Zustand eine Rallye, aber wie tragfähig ist die? Das ist noch lange nicht erwiesen. Und jetzt haben wir eine Grundsituation. Jerome Powell ist jetzt oberster Inflationsbekämpfer und nicht mehr oberster Beauftragter für die Spannung eines Sicherheitsnetzes unter die Aktienmärkte. Und das ist das, was sich grundsätzlich geändert hat. Wir wollen uns das im Einzelnen mal anschauen. Heute wieder ein neuer Auftritt von Jerome Powell. Das war ja so geplant gestern und heute. Er hat im Grunde nicht viel Neues gesagt, aber eben das nochmal klar bestätigt, was er gestern gesagt hat. Das Risiko höherer Inflation ist deutlich nach oben gegangen. Die könnte viel mehr persistent sein, also dauerhafter sein. Und wir sind überhaupt nicht sicher, wie der Inflationsausblick wirklich aussieht. Also da hat er anerkannt, dass die Fett sich ganz klar geirrt hat, dass die Fett seit Monaten im Grunde Unsinn erzählt hat. Aber was folgt daraus? Das ist die spannende Frage. Und jetzt wahrscheinlich folgt daraus, wie John Authors in einem Artikel bei Bloomberg zeigt, dass er wahrscheinlich, weil er vorher das Fenster, das meilenweit offen stand, nicht genutzt hat, um eben den Märkten anzukündigen. Leute, es gibt einen riesen Unterschied zwischen unserer ultralachsen Geldpolitik auf der einen Seite und der Wirtschaft, die ja gut läuft, richtig gut läuft auf der anderen Seite. Da müssen wir langsam mal das ein bisschen kalibrieren, wie Frau Lagarte sagen würde. Dieses Fenster hat er verpasst und er muss jetzt in diese Omikron-Situation hinein, eben das Tapering verkündigen, respektive das schnellere Tempo des Tapering und wahrscheinlich eben auch eine frühere Zinsanhebung. Damit ist eben Paul jetzt oberster Inflationsbekämpfer und eben nicht mehr derjenige, der die Märkte immer raushaut. Und das ist doch ein ziemlich großer Unterschied aus meiner Sicht. Heute hat sich dann auch Dudley geäußert, der ehemalige Chef der New York. FED. Und der hat gesagt, ob es die Märkte mögen oder nicht. Jerome Paul muss jetzt schärfer sozusagen agieren. Die FED hat gar keine andere Möglichkeit mehr, nachdem Paul gestern ja angedeutet hat, wir werden das Tapering beschleunigen, also die Reduzierung deutlich erhöhen der gekauften Anleihen, damit deutlich früher fertig werden. Nachdem Paul das gestern in den Raum gestellt hat, kann die FED jetzt bei der nächsten Sitzung Mitte Dezember nicht einfach hergehen und sagen, nö, das hat er nicht so gemeint. Dann würde Paul sein Gesicht verlieren. Das wäre nicht gerade hilfreich. Also wird es mindestens kommen. Die Frage ist, was wird die FED uns noch erzählen? Und hier Danske etwa, die dänische Bank, sagt, also wir werden jetzt im April schon fertig sein mit dem Tapering und dann im Mai die erste Zinsanhebung sehen. Mal sehen, ob es so kommt. Da sind ja viele Unsicherheitsfaktoren natürlich noch der Fall. Aber da hat sich schon grundsätzlich etwas verändert. Und ja, die FED hat endlich ein bisschen Realität geschnuppert. Nicht nur läuft die Wirtschaft sehr gut, sondern auch der Jobmarkt. Das war ja das, was Jerome Paul uns monatelang erzählt hat. Ja, der Arbeitsmarkt, der könnte sich noch ein bisschen erholen. Jetzt gucken Sie sich mal hier vom Conference Board gestern die Verbraucherstimmung an Jobs Plentiful. Also Jobs, wie ist die Jobsituation? Gibt es viele Jobs? Gibt es wenig Jobs? Wir sind auf einem neuen Allzeithoch, was die Aussagen der Amerikaner betrifft. Jobs Plentiful, also so viele Jobs, du kannst dich gar nicht retten. Es gibt also eine enge Situation am Arbeitsmarkt. Und da ist die Lohnpreisspirale schon angegangen, die bei uns in Europa noch bevorsteht. Also hat der Paul alle Gründe jetzt zu sagen, ich werde ein bisschen vorsichtiger. Das kommt nicht aus dem Nichts. Und wir sehen ja, dass die Märkte schon länger reagiert haben. Wir haben nicht nur die High Yield Bonds im Abverkauf, also die hochriskanten Unternehmensanleihen, die als die Fed massiv und unbegrenzt und ohne Ende offenkundig erst mal Geld in die Märkte gepumpt hatte. Ja, hossierten. Da hat man sich gesagt, ja egal. Die Fed pumpt Liquidität in den Markt, da ist ein Sicherheitsnetz, dann kann ich auch Junk kaufen. Ist überhaupt kein Problem. Aber wir sehen jetzt zum Beispiel, dass die Aktien schlecht laufen, deren Firmen oder die Firmen und ihre Aktien schlecht laufen, die eine schlechte Bilanz haben, also die nicht eine gute Substanz haben. Hier sehen wir, wie das dann in der Corona-Krise abgeschmiert ist, dann nach oben gegangen ist und jetzt fast schon wieder auf dem Niveau des Corona-Crash ist bei diesen Aktien mit schwacher Bilanz. Und wir sehen insgesamt eine massive Divergenz ja nach wie vor zwischen dem Breath, also der Marktbreite und den Kursen, die wir hier gesehen haben. S&P immer weiter nach oben, der Breath immer weiter nach unten. Historisch ist es so, dass das eher nicht zu dauerhaft höheren Preisen bei Aktien oder der Aktienmärkte insgesamt führt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls sehen wir, dass wir jetzt im November, also dem gerade abgelaufenen Monat, ein neues Allzeithoch gemacht haben mit durchschnittlich 45,2 Millionen Optionskontrakten pro Tag. Das ist mehr als im Januar, da war der neue Rekord aufgestellt worden mit 44,3 Millionen. Also wir sehen, da ist also jetzt praktisch eine Situation da, dass wirklich alle in diesen Optionen, in den USA vor allem in diesen Optionen sind, das zwingt Market Maker teilweise eben mitzugehen, sich abzusichern und dadurch entsteht eine gewisse Dynamik. Heute alleine sehen wir eine immense Volatilität, rauf, runter, da sind große Sprünge dabei, also so ganz schur ist man sich nicht, trotz dieser Rallye, sonst würde der Anstieg kontinuierlicher verlaufen, so richtig intakte Bullenmärkte, die steigen langsam, gemütlich, weil keine Angst da ist, weil irgendwie keine Sorge da ist. Heute geht es deutlich nach oben, aber es ist nervös, das immerhin ist erkennbar. Gestern übrigens der Nasdaq oder 17% der Nasdaq Aktien auf einem 52-Wochen-Tief, das ist das Höchste, was wir seit März 2020 gesehen haben, als am 23. März die Aktienmärkte einen Boden gebildet haben. Und hier sehen wir das mal von Sven Henrik in einer Grafik, die sogenannte Advanced Decline-Linie. Wir sehen, dass der Nasdaq weiter tendenziell gestiegen ist und die Aktien, die fallen, deutlich, deutlich in der Mehrheit waren. Hier sieht man einfach mal, wie krass diese Situation ist. Also wer jetzt normale Aktien hält, nicht die großen US-Tech-Aktien, der ist ziemlich angeschmiert, da ist viel, viel Schmerz dabei, der kaschiert wird eben durch die großen US-Aktien, wie eine Apple, die gestern ja wundersamerweise gestiegen ist. Wie kann man eine Firma, die eine so hohe Bewertung hat, als sicheren Hafen betrachten, leuchtet mir nicht so richtig ein, aber sei es drum. Hier sehen wir im Bild Lance Roberts, der ja dieses hervorragende Video fast täglich macht, 3 Minutes on Markets and Money, der hier zeigt diesen Abwärts-Trend-Kanal, der aber auch zeigt, das sehen Sie hier unten in dieser Grafik, wie überverkauft eben die Märkte kurzfristig waren. Dass wir jetzt also einen Bounce sehen, ist nicht so fürchterlich überraschend. Dieser Abverkauf hat vor allem eben die substanzschwachen Werte getroffen. Wir sehen hier Russell 2000, da ist ja etwa fast jedes zweite Unternehmen sogar defizitär, macht also kein Geld oder verdient kein Geld. Hier sehen wir, hat es alleine jetzt in den letzten 15 Handelstagen eine Korrektur von 10% gegeben. Dafür hat der Russell dann den gesamten Sommer gebraucht, um eine solche Korrektur mal hinzulegen. Also das ging relativ schnell und wir sehen auf der anderen Seite, dass die Value-Aktien in Relation zu Gross-Aktien, eben einer Apple und die Konsorten jetzt auf einem Multi-Year-Tief sind. Also Value ist vergleichsweise attraktiv, übergeordnet, wenn man etwas längerfristiger denkt und Gross könnte möglicherweise jetzt übergeordnet langsam ein kleines Problem haben. Kommen wir nochmal zu anderen Marktsektoren, etwa der Dollar. Der Dollar war ja wochenlang gestiegen, 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 aber dann kam Omikron, dann ist, oder am Freitag kam Omikron, ist der Dollar schon ein bisschen schwächer geworden zum Euro. Und jetzt sehen wir, dass Jerome Powell diese hawkische Wende, dieses Eingeständnis, Inflation not transitory gemacht hat und der Euro steigt trotzdem latent zum Dollar. Nicht stark, aber er fällt auf jeden Fall nicht mehr. Das ist so einer der wirklich interessanten Entwicklungen. Vielleicht ist es deshalb, weil der Druck auf die EZB natürlich jetzt viel größer wird nach dieser extrem hawkischen Wende von Jerome Powell. Da muss etwas passieren. Lagarde ja noch im gallischen Dorf. Nein, 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 Inflation ist der vorübergehend. Da ist überhaupt kein Problem, aber da ist Druck jetzt einfach da. Vor allem nachdem die Nummer 1 der Nordenbanken jetzt diese Wende vollzogen hat und die FED so sagte, die Bank of America, naja, denen ist klar geworden, wie stark die ultralachse Geldpolitik divergiert mit der doch sehr starken Wirtschaft, die vor allem unter einer oder durch eine hohe Nachfrage gekennzeichnet ist und durch ein zu geringes Angebot. Genau das ist das Problem. Und hier sehen wir, dass zum Beispiel jetzt der Inflationsdruck eben weiter zunimmt. IFO hat ja kürzlich gesagt, dass eine rekordhohe Zahl von Firmen jetzt ihre Preise anheben wollen. Kein Wunder, wenn die Erzeugerpreise um 18 Prozent steigen und auch zu den Vormonaten immer deutlich stärker steigen, als die Märkte erwartet haben, dann steigen die Kosten. Das musst du weitergeben als Unternehmen, sonst frisst es eine Marge. Heute hat Michelin das mal angekündigt, hier 5 Prozent für Motorradreifen, 12 Prozent für Passenger Trucks und 12 Prozent für bestimmte Reifen in Nordamerika. Solche Meldungen werden wir jetzt öfter bekommen, dass Unternehmen ihre Preise anheben. Viele schweigen ja gerne darüber oder versuchen dann die Portionen kleiner zu machen. Bei demselben Preis, aber faktisch ist auch das eine Preiserhöhung. Und das trifft uns in Deutschland dann so, wie hier eine Grafik gezeigt, nämlich die Reallöhne, also die Löhne minus Inflation. Ja, die Löhne sind ein bisschen gestiegen, aber die Inflation ist deutlich stärker gestiegen, sodass wir jetzt praktisch im dritten Quartal einen Kaufkraftverlust von 2,9 Prozent hatten. Und auch das wird Druck auf die EZB ausüben. Das werden sich die Leute nicht lange gefallen lassen, wenn das nicht schnell anders wird. Und genau das ist das Thema. Das ist eines der Themen, meine Damen und Herren, die morgen in Boom und Bust Folge Nummer 11 behandelt werden, ist die Weihnachtsrallye abgesagt. Das sagt das Anleger-Sentiment mit Stefan Heidel, einer der großen Sentiment-Experten, der selber eine Umfrage unter Marktteilnehmern durchführt, die auswertet. Und das sind extrem spannende Erkenntnisse zu gewinnen. Zum Beispiel diese Korrektur bei Öl, zum Beispiel was bei Bitcoin passiert ist, zum Beispiel was beim DAX passiert ist. Da werden wir über all diese Themen sprechen. Morgen mit Stefan Heidel. Ich packe Ihnen schon mal den Link, den Live-Link für morgen 18.30 Uhr ist das Ganze, ja. Den packe ich Ihnen schon mal unter das Video. Also schon mal den Browser öffnen, das Ding da reinpacken. Morgen 18.30 Uhr geht es los und abschließend noch ein Hinweis, Inflation nur vorübergehend. Warum das falsch ist, Ideologie und Realität, da habe ich mich ein bisschen auseinandergesetzt. In diesem Artikel mit einem Video von Heiner Flassbeck, so ein alter Kenzianer, der immer sagt, Nachfrage, Nachfrage, Nachfrage und wie auch noch drei Millionen Arbeitslose, wie sollen da überhaupt Inflation entstehen? Das ist Denken von vorgestern nach meiner Auffassung, denn die Inflation ist derzeit getrieben eben durch die starke Nachfrage. Da brauchen wir keine Stimulus-Geschichten mehr. Wir finden kaum Leute, die eben die Arbeitsplätze ausfüllen. Die wären schon da, wenn man wahrscheinlich möchte. Viele werden jetzt auch von dem steigenden Mindestlohn profitieren durch die Ampelkoalition. Also das ist nicht wirklich überzeugend, was der gute Herr Flassbeck da sagt. Sehr sympathisch, ich mag seine Lache. Aber der ist meines Erachtens in einem alten Denken gefangen und das versuche ich in diesem Artikel zu zeigen. Schauen Sie sich das Video mal an, ist wirklich interessant, ist wirklich jemand, der sehr, sehr intellektuell ist, gar keine Frage. Aber eben da ist Ideologie manchmal im Weg für Erkenntnisgewinnung und das ist ein bisschen schade. Das gilt auch für manche Kommentare hier, wenn ich zum Beispiel etwas über heute Morgen über die jesuanische Geschichte des Neuen Testaments erzählt habe, dann heißt es immer gleich bei denjenigen, die offenkundig gläubig sind, der hat ja gar keine Ahnung. Oder wenn es um Corona geht, der hat ja gar keine Ahnung. Leute, wenn ihr sowas schreibt, dann bitte mal Fakten bringen, Belege bringen und auch sagen, welche Qualifikation ihr habt, statt einfach immer so, der Fugmann hat keine Ahnung. Mich ärgert das, muss ich sagen. Es ist unnötig, es macht keinen Sinn. Das ist doch keine Auseinandersetzung. Argumente sind das, was Zählen bringt. Also bitte Argumente. Hier sind Argumente in diesem Artikel. Die kommen auch von Heiner Flassbeck, wird unten verlinkt. Und nochmal der Hinweis auf Bum und Bast. Jetzt sage ich Servus und Ciao.